Es ist jetzt eigentlich ganz unfair. Wir sollen jetzt eine Botschaft bringen nach diesem lässigen Abend. Und das sollte irgendwie neutral rumkommen, oder? Das ist doch alles andere als neutral. Das Publikum war lässig, ja. Ein super Veranstalter. Herr, bitte seid ihr mir nicht best. Wie sollst du denn da was Neutrales sagen? Geht doch gar nicht. Subjektiv geht das nicht. Ja, also, hallo, ich meine, wir können es probieren. Der Veranstalter ist echt lässig. Mit Dietmar, mit dem Thomas, mit dem ganzen Team. Das Publikum. Das Publikum. Die sind gestanden, die haben Bild, die haben Post. Das war wahnsinnig. Allein, das werden zwar keine Eigenwerbung machen, aber nicht gut. Nein, aber das geht Hand in Hand. Uns hat es voll gedacht. Ja, sag du. Das ist ja schon wurscht. Danke, dass wir da heute waren. Und wir wollen euch wirklich eine Botschaft mitgeben, weil wir sollen eine Botschaft mitgeben. Wir sollen wirklich genießt sein Leben. Das Leben ist eh oft genug wie eine Klubbrille. Man macht viel durch. Manches geht auch daneben. Aber heute, das war eine schöne Abend. Stimmt, stimmt. Und mit dem heutigen Abend möchten wir euch einfach das so mitgeben, wenn sich das nächste Mal irgendwas für die Gastner, Kulturpanorama-Leute seht. Oder für die Vierkanter. Vielleicht ist genau die Kombination ein Garant für einen lässigen Abend. Abend. Das ist unser Stichwort. Dankeschön. Danke. 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 Danke.